So meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Port Royal. Da sind wir wieder. Und vor allem werden wir uns jetzt darum kümmern, dann auch die letzten Städte zum Wachsen zu bringen. Cisal ist ja eine unserer Städte, wo wir eine Holzproduktion haben, aber Cisal würde ich ungern ausbauen wollen. Meer, Puerto Cabeza bzw. Bluefields, das sind ja die Städte, die jetzt schon mitunter am weitesten sind, was die Produktion angeht. Und in Puerto Cabeza machen wir aktuell Seile, also wir nicht, sondern die anderen, obwohl es hier gar kein Hanf gibt. Das wundert mich. Es gibt Ziegel, Obst, Kaffee und Kakao. Ziegel, ja, könnten wir ein paar mehr machen. Aber das von hier aus irgendwo hinzubringen ist blöd. Ist echt blöd. Gibt es hier irgendwie irgendwo Metall, dass ich die Produktion von Metall noch unterstützen kann? Hier schon mal nicht. Vielleicht in Kawita? Ja, da gibt es Metall, wenn auch nicht viel. Aber es wird hier nicht produziert. Sieht schlecht aus. Wo sind meine Schiffe eigentlich? Du bist unterwegs nach Kumana. Und du... Bist in Valladolid? Nein, du bist... Da bist du. Noch unterwegs mit Holz und Rum. Wofür auch immer. Du willst nach Belize. Ah, Steine holen. Genau. Denn wir müssen uns beeilen. Wir müssen das ein oder andere fertig bauen. Und vor allem Sevilla am meisten ausbauen. Das bedeutet, hier muss noch mehr Produktion mit hin. Hier müssen mehr Wohngebäude mit hin. Und am Ende natürlich dafür gesorgt werden, dass 6.000 Bürger hier sind. Meine Kirche, die macht schon viel. Mehr als 4.000 Bürger aufzunehmen und ermöglicht es zusätzlich das Ausrichten größerer Feste. Das würde für 20 Tage die Stimmung hochsetzen. Aber das bringt uns nichts. Dann kann ich lieber die Stadt so ganz normal versorgen, als dass ich da jedes Mal ein Fest feiere. Blödsinn. Das kann man sich sparen. So, wir sind bei 1,5 Millionen. Also wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenig Geld haben. Da bin ich schon ganz dankbar für. Wie sieht es allgemein aus? Ich glaube, Belize habe ich gar keine Produktion. Wir nehmen Siegel mit. 48 sind zu wenig. Ich brauche mehr. Währenddessen seid ihr noch unterwegs nach Kumana. Bis wann habe ich Zeit? 29. März. Wir sind auch noch eine ganze Weile unterwegs bis nach Kumana. Es könnte knapp werden. Wir haben nämlich schon den 11. März. So, Lucy. Lusitania ist ebenfalls noch unterwegs. Und wir gucken mal, ob wir weitere Schiffe holen können. Schaluppe, Brick, Brick. Okay, dann kaufen wir die beiden Bricks. Machen euch erst mal zum neuen Konvoi. Die Neptun. Neptun ist ein schöner Name. Dann fahren wir damit jetzt irgendwo hin, wo wir ganz viele Steine holen können. Hier, Villa Hermosa. Und anschließend holen wir uns noch ganz viel Holz. Und dann bauen wir Sevilla aus. Dann machen wir das zu einer der größten Städte überhaupt. Zu wenig Steine auf der Welt. Die Neptun wird voll beladen mit ganz, ganz vielen Steinen. Wollt ihr Rum haben? Ja. Na dann verkaufen wir euch doch den Rum. Dann kann ich noch mehr Steine aufnehmen. Oder auch nicht. Wenn ihr einfach zu wenig habt. Gott sei Dank ist das andere Schiff gleich in Villa Hermosa. Ich kriege keine Steine. Es ist zum Heulen. Wahrscheinlich verbrauchen sie die selber für irgendwelche Gebäude oder so. Ich habe keine Ahnung warum. 68, viel zu wenig. Wie sieht es aus in Villa Hermosa? 240 Steine. Das wird uns sehr viel sichern. Genial. Dann kannst du schon mal nach oben fahren nach Sevilla. Und du nimmst gleich noch ein paar Steine mit. Und dann fahren wir rüber nach Sisal. Holen noch ein bisschen was an Holz. Und dann bauen wir hier alles aus in Sevilla. Achso. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Gab es hier irgendwo Werkzeuge? Nur dort unten in Puerto Cabezas, ne? Du bist fast in Kumana. Oh, okay. Das geht, das geht. Das schaffen wir. Bin gespannt, was ich dafür bekomme. So, Rum. Wird ein bisschen verkauft. Steine braucht ihr nicht. Holz braucht ihr. Oh ja. Und das gar nicht knapp. 118 Holz. Dann können wir jetzt hier erstmal alles weiter ausbauen. Das heißt, wir bauen jetzt weitere Produktionsbetriebe. Für Rum nicht unbedingt. Für Stoffe, Webereien könnten wir hier gebrauchen und anschließend sogar noch Klamotten herstellen. Aber ich habe keine Punkte mehr dafür. Und für die Klamotten brauche ich auch, wartet mal, den Baumeister. Um hochwertige Waren zu errichten. Kostet ebenfalls Werkzeug. Wie sieht es aus mit Werkzeug? 71. Ja, das geht. So, dann dürfen wir jetzt hier nämlich auch Schneidereien mit hinstellen und Möbel und so weiter. Also wir dürfen selber die Klamotten fertig bauen. Schneiderei. Hier hätten sie die Waren, die Baumwolle und sogar Zugang zu den Leuten. So, und dann die Schneiderei selber. Okay. Das lohnt sich wenigstens. Und wir werden noch sehr viel mehr los. Ah, John Hawkins ist da. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen was an Essen brauchen. Bier können wir auf jeden Fall mitbringen. Die Enterprise fährt schon mal los. Holt jetzt erst einmal weitere Steine und Werkzeuge. Ich will ihn noch nicht kaputt machen. Ich hab doch noch gar nicht so viel. Ich hab nicht mal einen ordentlichen Piraten. Verdammt noch eins. Äh, Piraten sei schon Kapitän. Ich baue noch mehr Ruhmpunkte dafür. Das heißt, wir müssen nebenbei auch noch ein paar Aufträge erfüllen. Deswegen sind wir eigentlich hier gewesen, ne? Auftrag erfüllt. Der Schiffsbrüchige geht von Bord und ist froh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Es dauert nicht lange, da erscheint der Bürgermeister an deinem Konvoi, um sich dafür zu bedanken, dass du seinen Schwiegersohn gerettet hast. Er schenkt dir außerdem eine Baugenehmigung. Oh, ganz toll. In Kumana. Was soll ich denn in Kumana mit einer Baugenehmigung? Mal ganz ehrlich. Ich nehme jetzt ein paar davon mit. Ein paar mehr ruhig. Auch noch ein paar Törtchen, wenn auch nicht viele. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch noch mal ordentlich zugreifen bei dem, was hier produziert wird. Und wir nehmen Leute mit. Es sind aber nicht viele da. Dann fahren wir schnell nach Maracaibo. Holen da noch ein paar Leute. Und in Maracaibo möchte ich gerne gucken, ob die hier Galeonen oder sowas haben. Nein, haben sie nicht. Warum? Das ist doch fies. So, ihr seid schon mal da. Liefert die Steine ab. Das Holz ebenfalls. Dann wird der Rest hier fertig gebaut. Es fehlt nur 157 Steine. Du bist auch gleich da. Perfekt. Ihr wartet so lange. Und Santa Maria ist gleich in Maracaibo, wo wir noch ganz viele Leute mit dazu holen. Und ihr seht, Maracaibo selber ist noch nicht mal die größte Stadt hier bei uns. Das ist drüben aktuell Campeche. Campeche hat sich hervorragend entwickelt. Das ist nicht John Hawkins. So, was produziert ihr denn Schönes? Rum, Fleisch. Fleisch nehme ich mal mit für die Versorgung unserer Leute. Nö, das will ich nicht. Das können wir verkaufen. Wunderbar. Ihr habt Werkzeuge. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Braucht die Klamotten? Ja. Braucht die Luxuswaren? Ja. 500 Leute haben wir dabei. Dann fahren wir wieder nach oben. Hier sitzt ein alter Seebär und bietet eine Karte an. Ja, gut, okay. Dann holen wir uns die Karte. Vorher will ich in Sevilla noch einmal gucken. Wir können im Moment sowieso nichts verkaufen. Also holen wir uns die Karte. So, du holst Steine. Ja. Denn wir müssen noch mehr bauen. Wir brauchen jetzt natürlich auch die ganzen Wohngebäude. Denn dadurch, dass wir für so viele Jobs gesorgt haben, müssen wir natürlich auch die ganzen Leute irgendwo unterbringen. Wie sieht es denn aus mit Arbeitslosigkeit? 63 Leute. Okay. Wir kriegen einen Teil schon mal in Arbeit gebracht. Das ist kein Problem. Und vor allem haben wir dann auch eine dauerhafte Produktion von Klamotten und Stoffen. Muss mal gerade gucken, wie es da aussieht. Klamotten und Stoffe. Wie viel wollen die davon haben? Noch gar nicht so viel. Aber die Stadt ist auch noch nicht groß genug. Sie ist jetzt gerade mal auf Stufe 2. Und die Einwohner sinken ab. Was mir überhaupt nicht gefällt. Davon Arbeiter 515. Warum? Weil zu viele Arbeit suchen? Wahrscheinlich, weil es einfach zu wenig Essen gibt. Denn wir haben weder Getreide noch Gemüse. Das müssen wir erst mal ranbringen. So, das heißt, du holst jetzt noch die restlichen Steine mit. So wie wir. Und fährst dann nach Kampische, um Getreide zu holen. Denn jetzt können wir Getreide richtig gut loswerden. Das heißt, wir verdienen umso mehr Geld. Er ist immer noch da. Dich will ich nicht. Verdammt, nur eins. Patty ist unterwegs. Patty bringt vielleicht auch noch ein bisschen was zu essen. Für die Stadt selber. Aktuell bleiben die bei 2.200 Einwohnern stehen. Das liegt vielleicht daran, dass wir auch noch nicht genügend Arbeit mit dazu geholt haben. Da fehlt noch ein bisschen was. In Seesal kannst du... Ja, was willst du hier? Du hast eigentlich genügend Holz. Wir können noch ein bisschen Rum mitnehmen. Sisal hat nicht mal genügend Essen. Das wird also nichts. Wir nehmen noch ein paar Werkzeuge mit. Bringen die mit rüber. Patty ist da. Und verkauft das ein oder andere. Oh Gott sei Dank. Das heißt, Sevilla ist wieder gesichert. Kriegt dann bald wieder weitere Einwohner. Und wir kümmern uns darum, dass die Stadt jetzt noch größer wird und noch mehr ausbauen kann. Und die kommen aus Maracaibo und bringen ganz viele arbeitssuchende Leute. Über 500 arbeitssuchende Leute haben wir mit dabei, die wir dann hier mit einsperren können. Und die für uns dafür sorgen, dass A, neue Leute mit dazu kommen. Oh, Rumpunkte halten. Gott sei Dank. Willkommen. Dann können wir uns endlich ein Schiff leisten. Ist das schön. Also den Rest werden wir jetzt erstmal nicht erforschen, solange bis wir genügend Rumpunkte haben. Die Neptun, die Santa Maria. Ist das schon fertig gebaut? Nö, immer noch nicht. So, du kaufst bitte ganz viel Getreide. Und bringst das dann rüber nach Sevilla. Gucken wir mal, ob hier weitere Schiffe zur Verfügung stehen. Nein, keine Schiffe. Uh. Im Moment ist alles leer gekauft. Wir brauchen die große Werft. Wir brauchen die Möglichkeit, hier natürlich auch die großen Schiffe zu bauen. Konzessionen haben wir dafür nicht. Aber um John Hawkins kaputt zu machen, ist das die einzige Möglichkeit. Eigentlich müsste es euch total gut gehen. Die Warenversorgung ist super. Seuchengefahr ist sehr niedrig. Tendenz fallend. Märkte, Spitäler. Seid ihr bei 58 Prozent der Versorgung. Das ist wunderbar. Das heißt, euch geht es allen gut. Aber trotzdem leben immer weniger Bürger. Ich muss zugeben, euer spanisches Gemüse ist besser als das Zeug, das in England wächst. Ihr habt doch sicher nichts dagegen, wenn ich ein paar Einkäufe tätige. Es wird Zeit, dass ihr den Konvoi von diesem Hawkins in die Mangel nehmt. So, wir werden zwar hin und wieder mitbekommen, dass die das sagen, aber es wird eben auch Zeiten geben, in denen wir sowas gar nicht mehr hören. Das ist nur am Anfang sehr häufig, vermehrt, wie auch immer. So, die Santa Maria fährt jetzt. Du bleibst hier. Du bist jetzt das Schiff, das immer Getreide und sowas alles holt. Du kannst schon mal... Was kannst du machen? Fleisch und Mais. Mais könnten wir holen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Essen wird ja immer wieder geklaut von dem John Hawkins. Der versucht ja, diese ganzen Städte hier klein zu halten. Während wir uns wehren und so viele Waren wie möglich mit ranbringen, sodass Sevilla immer glücklicher wird. Und jetzt auch die Einwohner wieder mehr. So, die Enterprise ist da. Guti, es fehlt noch Gemüse, aber das ist okay. Und wir können jetzt wieder bauen. Gucken wir mal, was wir bauen. Erstmal brauchen wir weitere Wohngebiete. Und zwar dort, wo sie von Nöten sind. Nicht so viele böse Betriebe um sich herum haben. Wenn ich ein Spital bauen möchte, würde das nur die drei hier unten glücklich machen. Okay, man muss immer gucken, wo man das Ganze hinsetzt. Der Park bringt mir nirgendwo was. Kapelle? Auch nicht. Taverne? Ebenfalls nicht. Haben sie alle. Hm. Die haben bloß keinen Markt und keinen Park. Ein Markt. Ja. Bringt tatsächlich was. So. Okay. Dann wird die ganze Stadt jetzt weiter ausgebaut. Die Neptun verkauft jetzt die ganzen Waren, die wir noch geladen haben. Werkzeuge fehlen. Ja, wir haben sehr viele Werkzeuge verbaut. Das stimmt. Sieben Stück und 106 Steine. Wie sieht es aus mit Holz? Holz ist noch genug da. Steine sind auch immer noch genug da. Steine sind auch immer noch genug da. Na, wann fangen die an denn zu bauen? Das fehlt doch alles gar nicht mehr. So. So. Das war jetzt die Enterprise. Dann haben wir noch die Neptun. Die anderen beiden sind nur zu zierde da. Ihr habt noch Werkzeuge dabei. Ach, die wurden schon gebracht. Das ist gut. Dann wird jetzt alles gebaut außer einem Wohngebiet. Das kommt später. Okay. Dann haben wir hier schon mal für ein großes Wachstum gesorgt. Dann brauchen wir jetzt Betriebe. Das heißt, wir brauchen noch mehr Steine, noch mehr Holz. Das holt uns am besten die Santa Maria. Das ist ja auch schon mal für ein großes Wachstum gesorgt. Ein bisschen Mais ist nicht verkehrt. Wird ja sowieso immer wieder geklaut essen. Das liefern wir einfach mal ab. Und dann fährst du bitte rüber und holst hier noch ein paar Steine und Holz. Während die anderen beiden sich dann um andere Dinge kümmern können. Brauchen die Rum? Nö. Brauchen die Bier? Nö. Ach so. Das war die Neptun. Die Enterprise. Ach so. Ihr habt beide das gleiche. Nur habt ihr noch Werkzeuge dabei. Ist aber süß. Schön, dass ihr euch unterstützt. So. Die Enterprise, die kann jetzt ein paar Aufträge erledigen. Dass wir noch ein paar Rumpunkte sammeln können. Um dann auch die Schiffe zu kaufen, die wir brauchen. Hier in Marakaibo gibt es nämlich schon eine große Werft. Und hin und wieder kann man hier mal ein großes Kampfschiff kaufen. Die sind jetzt allerdings wieder nicht zur Verfügung stehen. Wie fies eigentlich. Finde ich ja gemein. Aber ist in Ordnung. Ich glaube, ich werde jetzt die Produktion von Steinen fertig machen. 115.000 ist okay. Bauen. Steine. Können wir irgendwo hinsetzen. Ist egal wohin. Steine habt ihr genug. Holz hat euch gefehlt. Holz kann ich bringen. Ist kein Problem. Macht die Santa Maria. So, dann geht die Steinproduktion dort unten mal irgendwie in die Höhe. Denn die brauchen wir. Steine. 161. Holz kriegen wir von woanders. Dann sind wir bei 188. Das wird reichen für das ein oder andere anbetrieben. Dann holen wir jetzt noch ein bisschen Weizen dazu. Die Neptun guckt mal. Was brauchen wir sonst noch? Gemüse ist klar. Gemüse werden wir so schnell nicht kriegen. Baumwolle ist genug da. Den Leuten geht es super. Die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Und immer mehr Leute kommen hier auch in die Stadt rein. Das ist gut. Arbeitssuchende gibt es nicht. Die werden wir jetzt dann mit ranbringen. Wirbelwind ist unterwegs. Ihr seid in Cezal angekommen. Holt das Holz. Können wir rum oder irgendwas verkaufen? Nein, wird hier sogar produziert. Gut, Pech gehabt. Dann wieder los. Hier runter nach Belize. Oh ja, Getreide wird auch immer weniger. Bier. Brauchen wir gar nicht so viel. Und dann holen wir jetzt anschließend auch noch Holz. Die Wirbelwind ist noch unterwegs. Ja, Holz ist zumindest da. Das heißt, hier wird alles soweit ausgebaut. Unsere ganz normalen Wohngebäude, die sind jetzt unterwegs. Und wir kümmern uns als nächstes bloß noch um Betriebe. Sodass wir dann dort die Produktion weiter nach oben bringen. Auch wenn wir hier schon weitere Betriebe haben. Wir brauchen auch noch weitere Arbeitslose. Heißt, äh, jetzt erstmal Holz mitnehmen. 400 Holz. Werden wir schon los. Spätestens beim nächsten Bau. Lucidania. Neptun. Die Neptun, die wird... Werkzeuge verkaufen, neue holen. Und zwar aus der Stadt hier unten in Puerto Cabeza. Kauft doch mal das Holz. Wirbelwind freut sich, kann das Holz verkaufen. Und wir freuen uns auch, weil dann unsere Steinproduktionen bald beginnen können. Smackaan. - Bis zum nächsten Mal!